Die Filmfestspiele von Cannes eröffnet der Film Jeanne du Barry mit Johnny Depp. Die Teilnahme des US-Schauspielers ist wegen der Gewaltvorwürfe seiner Ex-Ehefrau umstritten. Zudem droht die Gewerkschaft CGT mit Protesten auf dem roten Teppich, um ein internationales Publikum für ihre Wut über die Rentenreform in Frankreich zu erreichen. Star auf dem Cannes-Plakat ist in diesem Jahr die inzwischen 79-jährige Filmikone Catherine Deneuve.